Wir werden Sie auf Sehenswürdigkeiten links und rechts des Rheins hinweisen. Wir werden Sie auf Sehenswürdigkeiten verlassen. Wir werden Sie auf Sehenswürdigkeiten verlassen. Wir verlassen nun die historische Innenstadt von Bonn mit dem alten Zoll, den Türen der Universität und dem silberglänzenden Opernhaus. Hier unten am Rhein hat der weltberühmte Komponist Ludwig van Beethoven in seiner Kindheit eine Weile gewohnt. Seine Geburtsstätte in der Bonn-Gaste ist heute noch erhalten und ist als Museum Anziehungspunkt für Musikfreunde aus aller Welt.